Jungs, ihr braucht doch diesen Ben-Jeder nicht zu machen. Guckt euch mal den Preis an. 300k ist viel zu viel für diese Karte. Der lässt sich in-game auch gar nicht gut spielen. Mit 5-Sterne-Week-Foot und 4-Sterne-Skills. Besser wäre natürlich 5-5. Deswegen, Freunde, macht den nicht. Skippt diese SBC. Der Mann ist viel besser. Macht lieber Uli.